Ich habe in einem Tumor-Gen eine Mutation und weiß, diese Mutation verursacht einen Brustkrebs. Er ist zum einen Professor für Neurologie, ein sehr erfahrener Genetiker. Und gibt es so eine Art notfreie Karte, was, wenn ich eben zum Beispiel einen Herzinfarkt hätte, dem betreuenden Arzt helfen würde, das richtige Notfallmedikament auszulängen? Sein Name ist Professor Arndt Rolfs. In zehn Jahren werden sicherlich 50 Prozent plus aller 30-Jährigen irgenomen in der Hosentasche bzw. erklaut haben. Und die haben dann natürlich Angst, dass der Arbeitgeber oder die Krankenkasse einen Blick hat. Ja, hier muss ich gestehen, habe ich eine komplett andere Meinung dazu. Gentests. Gentests gibt es für zu Hause, für jedermann, meistens aus dem Internet. Gentests gibt es natürlich schon lange in Fachpraxen zur Aufklärung, ob ein Patient bestimmte genetische Risiken trägt. Und Gentests gibt es seit Neuestem in Longevity-Centern, in Longevity-Praxen, in Longevity-Kliniken. Die Frage ist, was können die auslesen? Wie weit können die uns über persönliche Risiken informieren und was können sie auch nicht? Dazu darf ich jetzt einen Profi befragen. Er ist zum einen Professor für Neurologie, ein sehr erfahrener Genetiker. Und sein Name ist Professor Arndt Rolfs. Danke, dass du da bist. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich bin mir sicher, du hast schon mal einen Gentest gemacht. Ja. Was für einen? Nur ganz kurz angetextet. Was für einen? Und was ist dabei rausgekommen? Würdest du das offenlegen? Ja. Ich habe zweimal bei mir die Gesamtgenom-Sequenzierung gemacht, einmal vor ungefähr fünf Jahren und jetzt noch mal vor einem Jahr. Gesamtgenom bedeutet ja die Gesamtheit aller genetischen Informationen. Was hast du bezahlt? Was in unserem Körper stattfindet, das habe ich mit meinen damals von mir gegründeten, geleiteten Firmen durchgeführt. Ich kann nur sagen, Kosten waren vor fünf Jahren ungefähr bei 50.000 bis 60.000 US-Dollar. Kosten vor ungefähr eineinhalb Jahren waren ungefähr bei 1.000 Dollar. Ja, Wahnsinn. Das Gute ist, der Preis verfällt und wird immer günstiger. Ich denke, in drei, vier Jahren können wir eine Gesamtgenom-Sequenzierung durchführen für weniger als 100 US-Dollar. Und was ist dabei rausgekommen? Zwei, also neben vielen Informationen, ich habe mein Genom auch publiziert. Ich denke, wir müssen als Wissenschaftler Mediziner auch dafür werben, dass wir weniger angstgetrieben und stärker inhaltsgetrieben mit der Thematik der Genete umgehen. Zwei relevante Themen. Das eine ist, ich habe eine eindeutige Prädisposition, Veranlagung für die Entwicklung eines erhöhten Augeninnendrucks. Ich bin danach auch zum Augenarzt gegangen. Der hat gemessen bestätigt. Das heißt, ich gehe regelmäßig jetzt zum Augenarzt, was ich vorher nie getan habe. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ich habe zwei Mutationen, die mein Risiko, einen Dickdarmkrebs zu entwickeln, signifikant erhöht. Und auch hier ist die Konsequenz, die Vorsorgeuntersuchung häufiger durchzuführen, nicht mehr alle fünf Jahre, sondern ungefähr jedes zweite Jahr, um frühzeitig zu erkennen, wenn es hier eine Veränderung gibt, die man lieber nicht haben möchte. Also zwei unmittelbare Konsequenzen, die jetzt auch eine Veränderung meines Verhaltens an der Stelle auch bewirkt haben. Ich habe auch mal einen genetischen Test gemacht. Ich erzähle auch gleich, was dabei rausgekommen ist. Das ist aber eben ein anderer und das hätte ich auch gerne von dir bewertet, wie du den findest. Aber vielleicht setzen wir erstmal den genetischen Test vom epigenetischen Test ab, weil viele sagen sich ja auch, jetzt gibt es die epigenetischen Tests ja auch im Internet. An die kommt man ja sowieso ran. Bei den genetischen ist es nicht so ganz einfach. Mache ich halt einen epigenetischen Test? Was ist denn der Unterschied? Ja, also Genetik beschreibt erstmal unsere Erbinformation, auch DNA abgekürzt, die in fast jeder Zelle unseres Körpers vorhanden ist. Diese Erbinformation ist dafür verantwortlich, dass wir am Ende Proteine, Eiweiße herstellen in den jeweiligen Zellen unseres Körpers. Und diese Proteine übernehmen dann spezifische Funktionen. Herzzellen bewegen sich, sind Muskelzellen, Gehirnzellen, geben elektrische Signale. Hautzellen schützen unseren Körper vor Eindringen oder vor Infektionen. Das ist die DNA. Die DNA kann man sich vorstellen als einen langen Strang von ganz vielen Perlen auf einer Perlenkette in vier verschiedenen Farben, abgekürzt A, C, T und G. Und je nachdem, wie die Reihenfolge ist, ob das nun A, T, T oder A, G, G oder G, A, C oder G, T, A ist, entsteht ein anderes Eiweiß. Diese lange Perlenschnur-artige Kette kann jetzt aber eine zusätzliche Molekülveränderung bekommen, eine sogenannte Methylgruppe. Die heftet sich an diese Kette dran. Und diese Methylgruppe führt typischerweise dazu, dass an dieser Stelle die DNA nicht mehr abgelesen werden kann. Es kann keine Kopie der DNA hergestellt werden und damit kann kein Eiweiß hergestellt werden. Es ist quasi wie blockiert, wie ein Schloss, der das Ganze jetzt verschlossen hat. Und diese Veränderung über eine Methylgruppe ist etwas, was wir als Epigenetik bzw. Epigenomik bezeichnen. Das heißt, wenn wir das analysieren, analysieren wir die Veränderung der DNA durch zusätzliche Moleküle. Aber das hat nichts mit der Aufklärung der Sequenz der eigentlichen Erbinformation zu tun. Ja, ich stelle mir das immer vor wie so ein Chip. Unsere Chromosomen sind wie ein Chip, von denen was abgelesen werden kann. Und je nachdem, was abgelesen wird, das ist auch altersabhängig, sind da eben auf diesem Chip noch kleine Schnipsel drauf. Und das sind diese Methylgruppen, was natürlich in der Realität beim Chip nicht vorkommt. Vielleicht nur noch kurz zu ein paar Daten, die vielleicht ganz interessant sind. Wir haben 23 Chromosomen von der Mama, wir haben 23 Chromosomen vom Papa. Das heißt, wir haben 620 Chips, auf denen unsere gesamte Erbinformation drauf ist. Dann haben wir diese Perlen, von denen du gesprochen hast, also den Basen, in der sozusagen als Code die Information gespeichert ist. Wie viele Basen haben wir denn und wie viele Gene? Also wir haben ja insgesamt, wie du richtig gesagt hast, 23 Chromosome. Jeder Chromosom ist doppelt vorhanden. Einmal von der Mutter, einmal vom Vater. Also wir haben einen sogenannten diploiden Erbinformationssatz. Jede Information ist doppelt angelegt. Das ist deswegen wichtig zu verstehen, weil wir Erkrankungen haben, die aufgrund unterschiedlicher Mutationen ausreichend zu der Ausprägung der Erkrankungen sind, wenn nur eine Veränderung, Vater oder Mutter, vorliegen. Oder wir haben andere Erkrankungen, da muss auf beiden Chromosomen eine Veränderung vorliegen. Und nur dann kommt es zu der Erkrankung und zu den Symptomen. Der gesamte Erbinformationssatz hat eine Größe von ungefähr 3,3 Milliarden Basenpaaren, also 3,3 Milliarden dieser Perlen auf 23 unterschiedlich großen Perlenketten aufgezogen. Und diese 3,3 Milliarden Basenpaaren sind verantwortlich für die Herstellung von ungefähr 20.000 bis 22.000 verschiedenen Eiweißen, Proteinen. Das ist überraschend wenig, als man vor ungefähr 15, 20 Jahren besser verstanden hat, dass es wirklich nur 20.000 bis 22.000 Proteine sind, waren wir alle sehr, sehr überrascht. Wir hatten in einem komplexen Organismus wie den menschlichen Körper eher mit 50.000, 60.000, 70.000 Proteinen gerechnet. Aber die Natur ist so erfindungsreich, dass diese 20.000 bis 22.000 Eiweiße absolut ausreichen, alle Funktionalitäten unseres Körpers, unsere Organe auch sicherzustellen. Kleine Nachfrage, die 3,3 Milliarden Basenpaare in unseren Milliardenzellen, sind die jetzt auf den 23 Chromosomen oder auf den 46? Und das haben wir dann 6,6 Milliarden Basenpaare in jeder Zelle oder 3,3? Wenn du den Erbinformationssatz als doppelte Anlage siehst, kannst du zweimal 3,3 Milliarden sagen. Aber in der Analytik ist das nicht bedeutsam, weil wir in der Analytik, wenn wir eine Sequenzierung, also eine Aufklärung der Sequenz vornehmen, es immer parallel in beiden Chromosomen, in beiden Positionen vornehmen. Da differenzieren wir nicht, ob es in der Stelle vom einen Chromosom Mutter oder vom anderen Chromosom Vater kommt. Zumal man auch sagen muss, während der Zellteilung gibt es immer einen sehr umfangreichen Austausch der einzelnen Erbinformationen, sodass wir ja nicht hinterher einen Erbinformationssatz haben, der nur von der Mutter kommt. Und der hat vielleicht dann 80%, 90% mütterlicher Erbinformationen, aber 10, 15, 20% väterlicher und umgekehrt. Jetzt ist vielleicht noch ein Punkt wichtig, nämlich das, was wirklich benutzt wird von dem Chip, von dem Chromosom und der DNA da drin. Das ist das Exosom. Das heißt, wie viel Prozent der DNA wird denn überhaupt benutzt zum Ablesen und zum Protein herstellen? Das Gesamtgenom, wie wir es nennen, umfasst 3,3 Milliarden, wir haben die Zahl bereits erwähnt. Ungefähr 1% bis 1,5%, je nach Definition, sagen wir mal 1% dieser 3,3 Milliarden Basenpaaren, ist in bestimmten Strukturen organisiert, die verantwortlich sind für die Herstellung von Eiweißen. Und diese Strukturen nennen wir ein Exon. Und die Gesamtheit aller Exone nennen wir das Exom. Nicht Exosom, sondern Exom. Ja, das Exom. Und diese Exone, das heißt die Gesamtheit des Exom, sind die Anteile in der genetischen Erbinformation, die die Ausgangsmatrix bilden für die Herstellung der Eiweiße. Wir nennen das auch die sogenannten kodierenden Anteile. Wenn dort eine Veränderung folgt, eine Mutation oder welche Veränderung auch immer, oder auch eine Inaktivierung durch eine Methylgruppe, hat das typischerweise eine biologische Konsequenz. Das bedeutet nicht, dass die anderen 99%, wie wir es früher glaubten, Genedia Junk sind, also keine Bedeutung. Sondern wir verstehen immer besser, dass die exakte Regulierung, wie viel, wie intensiv wird die DNA abgelesen und aus der Ausgangsmatrix der DNA eine RNA gebildet. Und die RNA wird dann umgelesen, beziehungsweise dient als Ausgangsinformationsquelle für die Eiweiße. Die Menge hängt davon ab. Es hängt aber auch davon ab, wie die einzelnen Eiweiße zusammengesetzt werden. Man kann sich das so vorstellen, dass unterschiedliche Exone, Exon 1, Exon 2, Exon 3, Exon 4, Exon 5, sagen wir mal, wir hätten 5 Exone, sind im klassischen Sinne, werden sie zusammengefügt und das Eiweiß wird repräsentiert durch die 5 Exone. Das ist mein Eiweiß. Es kann aber auch sein, dass ein Exon herausgeschnitten wird und wir dann Exon 1, 2, 4, 5 haben. Kann genau die gleiche Funktion haben, kann eine ganz andere Funktion haben. Das heißt, diese Permutationsmöglichkeit, Kombinationsmöglichkeit, die entscheidet dann darüber, dass wir eine viel größere Vielfältigkeit als nur die 20.000 und 22.000 Deine Eiweiße haben, die wir vermuten würden aufgrund der DNA-Informationen. Also kann man mit sich nehmen, 1% der DNA-Informationen wird umgelesen in Eiweiße. Die verbleibenden 99% sind verantwortlich für die Menge, für die zellspezifische Menge und viele Themen, die etwas mit der Regulation der Herstellung der Eiweiße zu tun haben. Und du hast jetzt, um das mal vorne wegzunehmen, du hast jetzt wirklich alle 3,3 Milliarden Basenpaare deines Genoms auslesen lassen. Es gibt aber drei verschiedene Möglichkeiten und ich könnte mir vorstellen, das interessiert unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ganz besonders. Es gibt drei verschiedene, es gibt bestimmt noch mehr Varianten, aber wirklich Strategien und Technologien, wie man eine Genanalyse machen kann. Die einfachste, die ist ja schon 10, 12 Jahre alt oder vielleicht sogar noch älter, da werden nur relativ wenige sogenannte Snippets ausgelesen. Das habe ich gemacht. Das erzählt ihr, guck, bei mir kam also raus, ich hätte ein 60-fach erhöhtes Risiko für eine Makuladegeneration, das heißt also eine Ablösung der Netzhaut und ein, was weiß ich wie viel, habe ich jetzt schon vergessen, ein deutlich erhöhtes Risiko für eine Osteoporose. Osteoporose habe ich gleich mal checken lassen mit diesem DEXA-Verfahren, liegt bei mir jetzt noch nicht vor. Sehr gut. Und Makuladegeneration ist bisher nicht aufgetreten. Gucke ich aber jetzt natürlich mit meinem Augenarzt, wo ich jedes Jahr mal checken lasse, nach. 23andMe, glaube ich, in den USA, wäre ja sehr bekannt und auch ein Hype. Das ist genau diese Form der Auslesung, oder? Und das gibt es halt im Internet, aber man darf es in Deutschland ja immer noch nicht so leicht kaufen. Was hältst du davon? Ja, also die Auswertung von Snipps, wie wir es ihnen nennen, ist in der Tat ein relativ altes Verfahren. Wir haben es seit knapp 30 Jahren in der Zwischenzeit die Möglichkeit, einzelne Positionen in der Gesamtheit der 3,3 Milliarden Basenpaare ganz gezielt zu analysieren. Ich hatte vorhin schon erwähnt, die Möglichkeit, die wir haben, sind vier verschiedene Basen, A, C, T und G abgekürzt. Sagen wir mal, mich würde die Position 1000 interessieren, dann analysiere ich mit dieser Snipp-Analytik, ob dort ein A ist oder ein C, ein T oder ein G. Und das kann ich jetzt für unterschiedlich viele derartige Positionen, die ich vorher definiert habe, tun und bekomme damit eine Information. Das ist eine außerordentlich kostengünstige Analytik. Ich kann heute eine gute Snipp-Analyse für 30, 40, 50 Euro bekommen, hat aber typischerweise den Nachteil, dass sie auf statistischen Wahrscheinlichkeitsaussagen beruht. Denn was macht man? Man guckt sich zwei unterschiedliche Gruppen an, sagt, eine Gruppe hat einen hohen Blutdruck, die andere Gruppe hat keinen hohen Blutdruck und stellt fest, dass bei der Gruppe mit dem hohen Blutdruck an der Position 1000, die wir eben mal als Beispiel herangezogen hatten, 80% ein A haben, während entgegen in der Gruppe ohne hohen Blutdruck nur 10% ein A haben. Das heißt, damit trägt offensichtlich die Entscheidung, ob es dort ein A oder ein C, ein T, ein G hat, irgendetwas bei zu der erhöhten Risikoentwicklung eines hohen Blutdrucks. Aber das ist keine 100%ige sichere Aussage, sondern das ist eine Wahrscheinlichkeitsbestimmung. Und genau mit dieser Wahrscheinlichkeitsbestimmung können heute sehr vielfältige Aussagen getroffen werden, welches Risiko ich habe. Risiko bedeutet, mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt etwas in der Zukunft ein. Das ist für den Einzelnen, je nachdem, wie er damit umgeht, informativ. In aller Regel, glaube ich persönlich, ist es nicht so wahnsinnig hilfreich, wenn ich lese, ich habe ein 2,2-fach erhöhtes Risiko, irgendetwas zu entwickeln, weil wir uns immer die Frage stellen sollten, was ist die Handlungskonsequenz einer derartigen Information? Sollte ich ein Medikament nehmen? Sollte ich eine Maßnahme durchführen? Sollte ich mein Leben anders gestalten? Und all diese Themen. Das ist immer die Limitation der SNIP-Analytik, aber es hat eben, wie gesagt, den großen Vorteil, extrem kostengünstig, technisch sehr einfach durchführbar. Sprich, diese kostengünstigen, einfachen Genanalysen können Hinweise geben, aber sie sind auf keinen Fall so aussagekräftig, dass ich daraus taffe Konsequenzen ziehen sollte, sondern einfach nur sozusagen es als Warnsignal nehmen, um zu gucken, hast du vielleicht eine Osteoporose wie bei mir und lass das immer mal checken. Völlig richtig. Wir sollten uns noch über eine Thematik im Klaren werden. Da muss eine Begrifflichkeit noch einführen. Wenn wir über die Analyse der DNA reden, können wir das ja aus zweierlei prinzipiellen Herangehensweisen motiviert tun. Ich habe ein Problem, ich habe eine Epilepsie, ich habe ein großes Herz, ich habe einen Tumor, ich möchte wissen, gibt es eine genetische Ursache dafür. Das sind dann typischerweise sogenannte monogene Beziehungen. Das bedeutet ein Gen, eine Erkrankung. Ich habe in einem Tumor-Gen eine Mutation und weiß, diese Mutation verursacht einen Brustkrebs. Oder ich habe in einem herzrelevanten Gen eine Mutation und weiß, dass ich damit Herzrhythmusstörungen entwickeln kann. Monogene Beziehungen sind in aller Regel klare diagnostische Aussagen. Wenn die Mutation auftritt, führt das in aller Regel in 100 Prozent, das kann im Kindesalter passieren, das kann im Erwachsenenalter passieren, zu einer Ausprägung, zu einer Erkrankung. Im Gegensatz dazu reden wir über polygene Erkrankungen. Das sind eher die Terminologien, die wir für die Risikobeschreibung nutzen. Wir wissen, dass der hohe Blutdruck eine ungefähr 30-prozentige genetische Facette hat. Das heißt, wenn wir in große Stammbäume gehen, in Familien gehen, können wir berechnen, dass wenn jemand einen hohen Blutdruck entwickelt, hat es eine 30-prozentige Grundlage aufgrund genetischer Veränderung. Die anderen 70 Prozent sind klassische Risikofaktoren, zu wenig körperliche Betätigung, Übergewicht, Diabetes, Hauchen, Alkohol. Bei diesen polygene Erkrankungen ist die Schärfe niemals bei 100 Prozent, sondern da benennen wir es eben in Risikofaktoren, Risikoanalysen und können damit aber nie eine saubere, klare Diagnose stellen wie bei den monogenen Erkrankungen. Das muss uns in der Bewertung dieser unrichtigen Tests immer bewusst sein. Das hat etwas auch mit der gesetzlichen Regulierung zu tun, weil typischerweise für monogene Analytik wir einen Arzt brauchen, zwingend, zum Beispiel in Deutschland oder in der Schweiz, während wir für polygene Analysen, die eine Risikoaussage tätigen, wir nicht unbedingt einen Arzt benötigen. Und diese SNIP, also diese einfachen Analysen, die eben so günstig zu haben sind, können die denn monogene Analysen machen? Könnten sie, die Technologie ist genau das Gleiche, nur ich benenne dort im Vorhinein die exakte Position, die ich analysieren will. Während, wenn ich ergebnisoffen eine Sequenzierung durchführe, und das ist egal, ob ich mir ein Gen oder innerhalb des Gens nur ein Exon oder die Gesamtheit aller Exone, das Exomen, oder die Gesamtheit aller genetischen Informationen, das Genom, anschaue, da gehe ich ergebnisoffen hinein, sequenziere, weiß nicht, ob ich an Position 1.000, 2.000 oder 3.000 eine Veränderung erwarte, aber wenn sie da ist, finde ich sie. Beim SNIP bekomme ich nur die Antwort auf die Frage, die ich vorher präzise definiert habe, nämlich, ist an der Position 1.000 eine Veränderung? Und das findet ja bei ganz vielen Leuten nicht statt, sondern die machen 23andMe oder einen anderen Test. Ganz genau. Einfach um zu gucken, wie stehe ich denn so? Und da kann man offensichtlich ganz viele Dinge übersehen, weil sie gar nicht analysiert werden. Wir müssen uns darüber bewusst sein. Eine SNIP-Analyse hat typischerweise, wenn sie eine ordentliche Qualität hat, eine Mächtigkeit von 250 bis 300 SNIPs, also 250 bis 300, Positionen, die spezifisch analysiert werden. Das ist gemessen an den 3,3 Milliarden nichts. Das ist natürlich angereichert, weil in Studien vorher gezeigt wurde, ich bleibe bei meiner Position 1.000. Wenn dort ein A ist, habe ich ein höheres Risiko. Was an der Position 999 oder 1.001 ist, untersuchen wir in dem Moment nicht. Bei den monogenen Erkrankungen wissen wir, dieses Gen, innerhalb dieses Gen, unterschiedliche Mutationen verursachen immer diese Erkrankung. Das heißt, hier muss ich ergebnisoffen hineingehen und bekomme bei der richtigen Wahl der Methodik, aber auch die Aussage über die Gesamtheit der genetischen Daten. Und das wäre halt beim Arzt ein Verdacht, der könnte diese eine Mutation haben. Und dann sagt er dem Genetiker, dem Fachmann, guck mal auf diese Position. Das ist aber durch eine breite SNIP-Analyse der billigen Art gar nicht zu erkennen. Wieso ist denn eigentlich auch so eine einfache Genanalyse bisher in Deutschland und auch in der Schweiz so schwer zu kaufen gewesen für jedermann? Es war immer das Thema, ein Genetiker muss dabei sein und ein Genetiker muss das beantragen und nur mit dem gemeinsam darf man auslesen. Also ich glaube, hier muss man wenig voneinander trennen, wer zahlt für die Analytik auf der einen Seite und auf der anderen Seite, welche Analytik wird durchgeführt. Auch schon vor fünf oder vor zehn Jahren konnte selbstverständlich jeder in der Schweiz und jeder in Deutschland einen Wangenschleimhautabstrich machen, sich auch vorher ein Testkit zuschicken lassen und den in die USA schicken und sich mit 23andMe für die polygenen Fragestellungen der Risikokonstellation eine Analyse erstellen lassen. Das hat auch nach Gendiagnostikgesetz keinen Arzt erfordert, weil es eben nicht auf monogene Erkrankungen untersucht. Das ist der große Unterschied. Darf ich kurz einhaken? Es war ja bis vor kurzem noch so, ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, dass formal das eigentlich nur eine Verwandtschaftsdetektion war, nicht eine Genanalyse. Ja, das wiederum hat aber regulatorische Aspekte, weil auch die internationalen Unternehmen, die diesen Service anbieten, immer auf einer sehr schmalen Gratwanderung sind. Ist das jetzt schon eine monogene Diagnostik oder ist es eine polygene Risikokonstellation, da sind wir nah an der monogenen Diagnostik, oder ist es eine Verwandtschaftsbeziehung? Und deswegen haben viele der Unternehmen die unkomplizierte Verwandtschaftsbeziehung als Label genutzt, aber jeder wusste natürlich, dass es eine polygene Risikobestimmung ist. Und je nachdem, welchen SNIP ich in die polygene Risikobetrachtung aufnehme, es könnte ja auch eine Mutation im Brustkrebs gehen, BRCA1 sein. Das hat im Übrigen dann 23andMe gemacht, hat aber von der FDA das verboten bekommen. Ja, kann sie entscheiden, ob sie noch stärker in den monogenen Bereich geht oder nicht. Um dort von der haftungsrechtlichen Seite, gerade in den USA, immer sauber zu sein, haben die Unternehmen sich typischerweise damit gelabelt, wir machen Familienbeziehungen und sagen erstmal nichts zur Erkrankung, unabhängig, ob sie polygen oder monogen sind. Grundsätzlich, was hältst du davon, egal welche der drei Genanalysen, die zwei weiteren besprechen wir ja gleich, man wählt, dass man sagt, bei der Auswertung müsste immer ein Arzt oder besser noch ein Genetiker dabei sein, weil es könnte ja gut sein, dass jemand ein Ergebnis bekommt, mit dem er völlig erschreckt wird. Also, das macht auf jeden Fall Sinn. Auch wenn die Interpretation der Daten typischerweise durch die Unternehmen außerordentlich gewonnen hat in der Professionalität und in der Präzision, führt es trotzdem immer zu dem Risiko, dass jemand eine Information missversteht. Wir fangen gerne bitte nochmal an bei den monogenen Erkrankungen. Es ist völlig klar, würde ich lesen, ich habe eine Mutation und entwickle Brustkrebs, kann der eine sagen, gut, dass es frühzeitig weiß, ich gehe zu meinem Gynäkologen, lass mich beraten, aber der andere kann es auch komplett anders verarbeiten. Deswegen ist die Kommunikation und das Erklären dieser Information vernünftigerweise immer in ärztlicher Hand. Es muss nicht unbedingt immer ein Genetiker sein, aber es muss ein genetisch erfahrener Kollege sein, der den genetischen Befund auch in einen Gesamtkontext einordnen kann. Das Risiko ist geringer, wenn wir über polygene Erkrankungen reden, als hier Wahrscheinlichkeiten sind, aber trotzdem kann jemand, wenn er liest, oh, ich habe ein 60-fach erhöhtes Risiko, einen Schlaganfall zu entwickeln, kann er das auch missinterpretieren oder fehlerhafte Schlüsse daraus ableiten. Deswegen, ja, es macht Sinn, dass die Interpretation dieser Befunde gemeinsam mit einem Arzt erarbeitet wird oder man zumindest einen Arzt heranzieht und bittet einmal die Ergebnisse in einen Kontext einzusortieren. Was ja bei diesen kleinen Snipp-Analysen meistens nicht passiert. Das ist aber auch die ungefährlicheren sind, so zu formulieren. Also ich muss so sagen, die Brille, die ich da aufsetze, wenn ich eine Snipp-Analyse mache, ist eine, die nicht wirklich angepasst ist von den Dioptrien. Ich kriege ein sehr, sehr unscharfes Bild. Ja, das ist ein schönes Bild. Jetzt die Exxon-Analyse, also das gesamte Exxon, also die Partien der DNA, die aktiv sind, die Enzyme, Proteine aus ablesen lassen. Das sind neuere Tests oder Analysen. Wie aussagekräftig sind die? Ich würde die Überschrift gerne ein wenig verändern an der Stelle und sagen, wir haben einmal die Snipp-Analytik und wir haben einmal die Sequenzierungs-Analytik. Sequenzierung bedeutet, ich gehe durch eine Abfolge dieser ACTG-Basen durch und dann ist egal, ob ich 100 Basenpaare, 500 Basenpaare oder 5 Millionen Basenpaare erstmal analysiere. Jede Position schaue ich mir an. Bei den Snipps habe ich es vordefiniert. Ich gucke mir nur die Position Beispiel 1000 an. Bei der Exxon-Sequenzierung gucke ich mir die Gesamtheit aller DNA-Informationen an, die umgelesen wird über die RNA in ein Eiweiß. Also sozusagen die aktive DNA. Wenn man so will, die aktive DNA. Nicht ganz, vielleicht sauber, denn wir haben ja gelernt, auch die verbleibenden 99% sind auch aktiv. Sie leisten nur einen anderen Beitrag. Ungefähr 90% hängt ein wenig vom Gen ab, aber 90% der Ursachen genetischer Erkrankungen sind kodiert, sind basierend auf Mutationen innerhalb der Exone. Das heißt, wenn ich eine Exom-Sequenzierung durchführe, damit die Grundlage der 20.000 bis 22.000 Eiweiße mir anschaue, finde ich 90% aller Antworten auf die Frage, ob und wenn ja, welche genetische Ursache der Einzelne hat für eine bestimmte Erkrankung. Die verbleibenden 10 bis 15% sind dann in diesen anderen Bereichen, in den nicht-codierenden Bereichen lokalisiert. Die würde ich entsprechend durch die Exom-Sequenzierung verpassen. Das heißt, wenn ich mir das Exom auslesen lasse, habe ich eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, bestimmte Risiken zu erkennen. Wie viel kostet das heute? Ja, auch hier nochmal etwas präziser. Auf der einen Seite diagnostiziere ich 90% aller monogenen Erkrankungen. Habe ich eine Mutation für eine Herzerkrankung? Ich sehe sie. Habe ich eine Mutation für eine Tumor-Erkrankung? Ich sehe sie. Wir haben ja unterschiedliche Mutationen. Manchmal ist es nur der Austausch einer Base an einer vorher definierten Position. Es kann aber auch sein, dass ein großer Teil meines Chromosomes verloren gegangen ist. Dann sprechen wir von Deletion. Kann auch sein, dass sich diese Information umkehrt. Dann sprechen wir von Inversion. Kann sein, dass sich Informationen verdoppelt. Dann reden wir über Duplikation. Alle diese unterschiedlichen Mutationen kann ich heute weitgehend sehr gut mit der Exom Sequenzierung auch erfassen. Du fragst nach dem Preis. Ich denke, es ist richtig zu sagen, dass wir ein Exom in guter Sequenzierungsqualität und noch viel wichtiger in der Zwischenzeit in guter Interpretationsqualität, denn heute ist es nicht mehr die Kunst, ein Exom oder ein Genom zu sequenzieren, sehr standardisiert, sehr einfach durchführbar, ist auch reflektiert in einem deutlichen Abfall der Preise, sondern die Kunst besteht heute darin, die Komplexität der Daten adäquat zu interpretieren. Also ein Exom in guter Sequenzierungsqualität und guter Interpretationsqualität kann man heute zwischen 500 und 800 US-Dollar oder Euro bekommen. Und das ist, um nochmal die Zahl der Basenpaare, die da ausgelesen werden, sich bewusst zu machen, 3 Millionen müssten das sein, wenn das eben 30 Millionen habe ich mich um eine Stelle vertan. Okay, 30 Millionen werden da ausgegeben. Wo kriegt man denn so einen Test und wie heißen die? Ganz viele Laboratorien in der Zwischenzeit weltweit, wenn wir mal die Schweiz nehmen, würde ich mal sagen, wir haben sicherlich 15 bis 20 Laboratorien, die heute eine gute Exom Sequenzierung anbieten. In Deutschland wahrscheinlich 250 ungefähr die das anbieten. Das heißt, das ist heute in einer modernen Medizin absoluter Standard. Und das muss man durch einen Genetika aber beantragen sozusagen? Nein, muss man nicht. Auch hier ist wiederum die Frage, erstens bezahle ich selber, dann habe ich mehr Freiheiten, als wenn ich es von einem Leistungsträger, zum Beispiel der Krankenkasse, bezahlt bekommen möchte. Zweitens, ich muss nicht zu einem Genetiker gehen, aber es muss mir, sollte mir von einem Arzt das Angebot unterbreitet werden. Der Schweiz etwas stringenter noch als in Deutschland, die Schweiz ist schon sehr nahe daran, dass die Schweizer Gendiagnostik Gesetzgebung sagt, du musst zu einem Genetiker gehen und nur wenn er die Indikation sieht, wird der Test durchgeführt. Das ist aber die Kombination aus, wer zahlt dafür und wer ist deine Kontaktperson, um hinterher die Interpretation adäquat vornehmen zu können. In Deutschland ist es an der Stelle etwas lockerer, indem es heißt, dem Einzelnen muss angeboten werden, dass er zum Genetiker gehen kann, aber man kann es auch ablehnen. Aber man kann das nicht einfach im Netz kaufen? Man kann das auch im Netz kaufen in der ganz wichtigen Hinweis gerade so eine umfangreichere Auslesung wirklich mit einem Fachmann begleitet machen, der das interpretiert. Ich würde hier unterscheiden, wir haben ja die initiale Information, bin ich der Richtige, bin ich aufgeklärt, weiß ich genug, dass ich den Test durchführen lasse, zu Beginn. Zu unterscheiden von der Test liegt vor, das Testergebnis ist auf dem Tisch, verstehe ich es richtig, kann ich das richtig interpretieren. Wenn ich mir zutraue und sage, ich habe viele Informationen bekommen, ich habe vieles darüber gelesen, ich bin mir über potenzielle Ableitungen, Implikationen bewusst, dann würde man sagen, kann man zu Beginn auf den Genetikern verzichten. Man sollte aber am Ende immer einen genetisch erfahrenen Arzt in der Interpretation hinzuziehen. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und man bekommt ja wahrscheinlich durch Algorithmen formulierte Texte, die das Auslesen plastisch verständlich machen. Ganz genau. Um hier nochmal ein Beispiel zu geben, jeder von uns hat ungefähr vier Millionen Mutationen in unserem Körper. Das ist Ausdruck der Variabilität der Natur. Also insbesondere bei der sehr frühen Zellteilung, der Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle kommen zu unendlich vielen Zellteilungen. Bei jeder dieser Zellteilungen passieren auch Lesefehler. Diese Lesefehler kann man als Mutation bezeichnen. Gott sei Dank sind 99% aller dieser Mutationen eher dazu beitragend, ob ich nun größer bin oder kleiner bin, braune Augen oder blaue Augen habe und verursachen keine Erkrankung. Jeder von uns hat aber drei bis zehn krankheitsrelevante Mutationen in seiner genetischen Information. Und die richtig zu interpretieren ist vernünftigerweise etwas, was natürlich zu Beginn des Labor sehr klar macht, was nicht immer ganz einfach ist, denn wir müssen uns darüber im Klaren sein, es gibt nicht das weltweit gültige Genom. Das sieht man schon an der Tatsache, wenn du dir den zwei Meter großen, blonden, blauäugigen Schweden anschaust und ihn genetisch dir anschauen würdest und vergleichen würde mit vielleicht einem 1,70 Meter großen, dunkelhaarigen und braunäugigen Portugiesen, da muss ein Unterschied in der genetischen Information sein. Beide können gesund sein, trotzdem haben sie natürliche Unterschiede in der Genetik. Und wenn du jetzt diesen Vergleich machen würdest mit jemand aus Norddeutschland, mit jemand aus der Mongolei oder aus Kenia oder Sudan, ist klar, sind die Unterschiede nochmal viel größer. Das unterstreicht, dass die Heterogenität oder Diversität der einzelnen Bevölkerung oder Ethnizitäten, wie wir es auch nennen, sehr, sehr groß ist. 90% aber aller genetischen Informationen, die wir momentan überhaupt zur Verfügung stehen haben, um eine Aussage zu treffen, was ist normal, was ist nicht normal, kommt aus Europa. Das heißt, wenn ich eine Gensequenzierung für jemanden aus der Mongolei, aus Japan oder aus Kenia mache, habe ich immer ganz andere Veränderungen, die ich aus Europa gar nicht kenne und dann habe ich das Risiko, dass ich eine fehlerhafte Interpretation vornehme. Deswegen, die Interpretation ist das zentrale Thema auf der einen Seite, die Herkunft des Einzelnen, der sich untersuchen lässt, ist eine zentrale Aufgabe und deswegen unterstreiche ich auch immer wieder, das Herstellen der Sequenzierung ist einfach. Die Interpretation ist nach wie vor eine wirkliche Kunst, wo es viel Erfahrung und viel klinische Kenntnis auch bedarf. Ich habe es richtig verstanden, wenn ich so einen Exom-Test beziehungsweise eine solche Analytik mache, dann kann ich davon ausgehen, dass für Europa ziemlich klar ist, welche Gene wirklich Krankheiten auslösen können und ein Risiko bedeuten. Das kann ich aber nicht unbedingt für ein, wenn ich dieses Testverfahren auf einen Japaner oder auf einen Südamerikaner anwende, dann könnte das eventuell zu Irritationen führen. Aber wenn ich einen europäischen Test in Europa mache, ist die Aussagekraft hoch. Ja, mit der kleinen Einschränkung, es kommt nicht darauf an, wo der Test durchgeführt wird. Der kann in Japan sequenziert werden oder in USA. Sondern es kommt darauf an, 90% unserer international öffentlich zugänglichen Datenbanken, wir nennen das, sind gebiased, das heißt, haben einen Trendfehler, weil die Ausgangsinformationen zu 90% von europäischen und nordamerikanischen Individuen herstammen. Aber natürlich ist das Genom eines Japaners, eines Sudanesen, eines Südamerikaners an vielen, vielen Stellen anders als von uns Europäern oder Zentraleuropäern. Da kann in der Tat ein Fehler in der Interpretation passieren, wenn ich das nicht richtig lesen kann, dass der Japaner hier eine Veränderung hat, die kann krank machen, muss nicht krank machen, weil mir die richtige Referenz von japanischen Kontrollkohorten fehlt. Als Europäer mit einem solchen Test, der in Europa gebaut worden ist, kann ich einiges auslesen. Das nehme ich mit. Und das ist jetzt beim Exom, über der Exom-Analytik wesentlich breiter als bei einer SNIP-Analyse. Und jetzt kommen wir zum Full Genome Sequencing, was du gemacht hast. Also 3,3 Milliarden Basenpaare. Die drei Zahlen benennen es ja schon sehr schön. Die SNIP-Analyse erfasst typischerweise 250 bis 300 Positionen. Wenn es ein guter SNIP-Test ist, können auch mal mehr sein. Die Exom-Sequenzierung umfasst ungefähr 30 Millionen Positionen. Ohne dass ich sie vorselektiere, ich schaue mir alles an, was als Ausgangsmatrix dient für ein IWAS. Und beim Genom habe ich 3,3 Milliarden Positionen, die ich exakt analysiere. Also allein das zeigt schon mal die Unterschiede. Im Informationsgehalt, der erstellt wird. Die Interpretationskomplexität des Genoms nimmt natürlich nochmal um den Faktor 100 zu im Vergleich zum Exom. Deswegen nochmal mehr ist es notwendig, dass das Laboraturen sind, die vor allem in der Interpretation der Daten und im Handling dieser riesigen Datensätze, also typischerweise hat so ein Datensatz eine Größe von 20 bis 60 Terabyte an Daten, wenn ich insbesondere dann bitte die bereits vorinterpretierten Datensätze auch abspeichere. Das heißt, das ist auch eine Frage, wie archiviere ich Daten, wie habe ich den Zugang, wenn ich sie neu analysieren und neu bewerten möchte. Aber das Genom hat dann im Gegensatz zu den nur 90% erklärbaren Erkrankungen beim Exom nahe 100% exakt die Antwort auf die Frage, was ist die Ursache für eine genetische Erkrankung, an der der Einzelne leiden mag. Und wir können darüber hinaus auch noch ganz andere Informationen ableiten, zum Beispiel bewerten, wie der Betreffende bestimmte Medikamente verstoffwechselt, was wir als Pharmakogenomik bezeichnen. Möchte ich gerne gleich drauf kommen, kann man das nur bei diesem Full Sequencing Test machen? Mit deutlichen Einschränkungen auch schon bei der Exom-Sequenzierung viel, viel verlässlicher und nahe an den 100% bei der Genom-Sequenzierung. Frage nach dem Preis selbstverständlich, dieses Full Genom Sequencing? Ist immer noch etwas teurer als das Exom, würde man sagen, zwischen 800 und 1.200, 1.300 US-Dollar kriegt man heute aber schon ein gutes Genom mit einer guten Interpretation? Hatte vorhin schon den Mittelwert der ungefähr 1.000 US-Dollar erwähnt. Und früher waren es 50.000 bis 60.000. Wenn ich jetzt einmal mein gesamtes Genom ausgelesen habe, wenn ich das mal investiert habe, dann ist das doch für mein Leben ausreichend. Das heißt, wenn jetzt immer neuere Erkenntnisse dazukommen, es scheint ja offensichtlich jede Woche Tausende von neuen Erkenntnissen zu geben genetischer Natur, dann kann ich immer ein Update bekommen. Ganz genau. Bringt es genau auf den Punkt, wenn einmal das Genom in guter Qualität hergestellt wurde, muss es archiviert werden, sollte es einfach zugängig sein, es muss nicht wiederholt werden, von der Labor an der deutschen Seite her. Was aber regelmäßig wiederholt werden muss, und das ist auch etwas, wo wir sagen, einmal im Quartal ist vermutlich ein vernünftiger Rhythmus, ist die neue interpretatorische Bewertung der vorhandenen Daten. Das ist auch relativ plausibel, wenn man sich überlegt, ich würde einen Befund am 1. Januar erstellen, aufgrund der vorliegenden Daten, und am 2. Januar kommt eine neue wissenschaftliche Publikation heraus, die eben eine andere Bewertung, ein anderes Verständnis der Konsequenz einer Mutation dann begründet und auch nachvollziehbar entsprechend beschreibt. Aufgrund dieser Publikation muss ich teilweise meine Interpretation vom Vortag revidieren. Das ist kein schlechtes Labor, sondern das ist dann eben ein gutes Labor, das kontinuierlich neue aktualisierte Informationsgrundlagen integriert in einen aktualisierten Befund. Deswegen ist das das zentrale Thema. Der Partner sollte regelmäßig, ich würde sagen einmal im Quartal, einen aktualisierten Report Interpretation der vorhandenen Informationen aus der Sequenzierung liefern. Und du hattest ja gerade gesagt, die Exomen Analytik, da gibt es schon 150 Labore schätzungsweise in der Schweiz oder noch viel mehr in Deutschland oder waren es weniger in der Schweiz? Ich würde sagen 15 bis 20 in der Schweiz wahrscheinlich 20 bis 250 in Deutschland. genauso und was. Wie sieht es denn mit diesen Full-Genome-Sequencing-Laboren aus, die dann auch möglichst noch einen Vertrag abschließen, alle drei Monate ein Update zu sehen? Da sind die Zahlen schon deutlich kleiner. Ich kenne jetzt in der Schweiz nur ein Labor, das nach meiner Durchsage etwas subjektiv geprägten, aber langjährigen Erfahrungen wirklich eine gute bis sehr gute Qualität in der Sequenzierung und in der Portation liefert. Mir ist nicht bekannt, dass das Labor auch regelmäßige quartalsweise Updates erstellt. In Deutschland würde ich zwei Laboratorien benennen können. In den USA vielleicht drei bis fünf. Das heißt, da gibt es sehr wenige. Aber man muss sagen, es würde ja auch völlig ausreichen. Die Kapazitäten, das war früher anders als heute, sind typischerweise nicht mehr limitiert bei der Frage, ob ein Labor 20 oder 50 oder 100 Analysen durchführt pro Woche oder pro Monat. die Kapazität kann allenfalls limitiert sein, dass die Interpretation der Datensätze immer noch einen sehr starken manuellen Charakter hat und viel medizinische Expertise bedarf. Aber das ist die Zukunft? Absolut. Völlig klar. Ich würde mal vorhersagen, in zehn Jahren werden sicherlich 50 Prozent plus aller 30-Jährigen ihr Genom in der Hosentasche bzw. der Cloud haben. Und die haben dann natürlich Angst, dass der Arbeitgeber oder die Krankenkasse einen Blick hat? Ja, hier muss ich gestehen, habe ich eine komplette andere Meinung dazu. Ich kann mit einer Gabel, die wir morgens, mittags, abends, beim Frühstück, Mittagessen, Abendessen nutzen, kann ich auch jemanden erstechen. Ich glaube, keiner kommt auf die Idee, deswegen eine Gabel zu verbieten. Keiner. Warum erwähne ich das? Ich will erwähnen, natürlich hat Innovation, auch gerade in der Medizin, immer ein gewisses Risiko des Missbrauchs. Dafür brauchen wir klare Regularien, der Missbrauch muss auch geahndet werden. Ich würde es aber gerade, was die Versicherung angeht, komplett von der anderen Perspektive betrachten, und zwar, die Versicherungen verstehen immer besser, dass sie eine viel größere Werthaltigkeit und auch ein ökonomisch, sie müssen am Ende auch ökonomisch wirtschaften, ein viel attraktiveres ökonomisches Modell entwickeln können, wenn sie vorhandene genetischen Daten zur Prävention nutzen, also nicht zur Sanktionierung, oh, du bist Anlageträger oder hast eine Mutation, deswegen versichern wir dich nicht, oder deswegen ist die Versicherungsgebühr zehnmal so hoch, sondern umgekehrt, dass sie sagen, du hast eine Veränderung, die du vielleicht aktiv mit uns geteilt hast, denn die Daten sind immer im Eigentum und der Verantwortung des Individuums, dass der Ausgang der Datenerstellung war, und wenn du die Daten mit mir geteilt hast und ich daraus feststellen kann, durch eine präventive Maßnahme kann ich eine Erkrankung verhindern, ist das für mich als Versicherung viel attraktiver, als wenn ich abwarte, bis die Erkrankung entsteht. Ich nehme hier gerne das Beispiel Angelina Jolie, das kennen wir, glaube ich, alle. Angelina Jolie ist ein Pressegang, ist publik. Mutter und Tante erkrankten an einem Brustkrebs. Angelina Jolie hat sich testen lassen, war positiv getestet worden für eine ganz spezifische Mutation, von der wir wissen, dass diese Mutation zu 100% in den nächsten 5 Jahren Brustkrebs verursacht. Es gibt zwei Varianten, es abzuwarten und vielleicht engmaschig zu monitoren oder eben aktiv in dem Moment, in dem man die Informationen erhält, die Entscheidung zu treffen, ich lasse das Brustgewebe entfernen und mache eine Aufbauplastik. Angelina Jolie hat sich für Letzteres entschieden und hat damit aktiv für sich entschieden, dass sie das Risiko in den nächsten 5 Jahren Brustkrebs zu entwickeln von 100% auf nahezu 0% reduziert hat. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel für präventive Medizin. Ich beuge vor, dass ein Problem entsteht auf der Basis einer genetischen Information und natürlich ist das etwas, was die Krankenkassen heute viel, viel mehr wertschätzen, auch von der ökonomischen Perspektive, weil wir wissen, dass die Behandlung einer Tumorerkrankung 100-150.000 Euro kostet, während die Prävention vielleicht 5-10% der Kosten verursacht. Gerade in einer medizinischen Fachzeitschrift gelesen, diese neuen Full-Genome-Sequencing oder auch Exom-Analytik, die hat jetzt Frauen verunsichert, weil auch Frauen, die dieses Gen tragen, Angelina Jolie, müssen nicht diesen Brustkrebs entwickeln. Ja, da müssen wir in der Teil jetzt etwas in die Details einsteigen. Erstmal, die Aussage ist richtig. Nicht jede Mutation verursacht eine Erkrankung. Deswegen ist das Entscheidende, dass sich für die Analytik des Exoms oder des Genoms immer ein Labornutzer, das im Idealfall viele hunderttausend Analysen durchgeführt hat und damit eine sehr angereicherte Datenbank hat, um beurzeigen zu können, macht die Mutation an der Position 1226 ein Brustkrebs oder ist es nur eine Variante, die aber keine funktionelle Bedeutung hat. Das unterstreicht nochmal die Wichtigkeit der adäquaten richtigen Interpretation auf der einen Seite und unterstreicht nochmal aber auch, es müssen Laboratorien sein, die gut sequenzieren können. Das ist mittlerweile in 99,99% einfach gelöst. die aber vor allem eine gute interpretatorische Datenbank haben, weil sie damit genau etwas ausschließen wie, ich sehe ganz eindeutig, dass die Mutation da ist, ich fehlinterpretiere sie, weil ich sage, sie macht eine Erkrankung, um aber hinterher festzustellen, dass sie gar keine Erkrankung machen würde. Da ist eine gewisse Risikolage, deswegen ist es hier auch wieder wichtig, erstens sehr erfahrene Laboratorien zu nutzen, für diese Form der Analytik, und zweitens immer wieder auch quartalsweise eine Aktualisierung des Befundes vorzunehmen, wo im Zweifelsfall auch vielleicht dann nach 1, 2, 3, 4 Quartalen drinsteht. Aufgrund neuer Daten wissen wir, dass die ursprünglich beschriebene Mutation keine Erkrankung verursacht. Und das ist etwas, was der Arzt engmaschig eben mit dem Patienten diskutieren muss und unterstreicht einmal mehr, dass in dem Moment, in dem der Befund vorliegt, sinnvollerweise immer ärztlich begleitet wird. Je komplexer die Analytik, desto anspruchsvoller die Interpretation. Ist einfach so. Ja, aber umso reicher auch natürlich die Form der Aussage, die ich aus den unterschiedlichen Analysen treffen kann. Eins muss aber sichergestellt sein, die Daten, die ich auslesen lasse, bleiben bei mir und ich kann damit machen, was ich möchte. Entweder ich entscheide, ich gebe sie an meine Krankenkasse oder ich entscheide, niemand soll sie sehen. Und das muss sichergestellt sein. Also die Aussage ist absolut hundertprozentig richtig. Auch im rechtlichen Sinne sind die Daten und auch der Befund immer im Verfügungsbereich desjenigen, über den der Befund und die Daten erstellt wurden. Was bedeutet das? Jeder Einzelne, der vorher und wir brauchen immer die Einwilligung, die muss unterschrieben werden, die muss dokumentiert werden. Es werden auch verschiedene Fragen gestellt, die man mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Ich sage gleich noch etwas dazu. Aber es ist immer die Verantwortung und die Zuständigkeit des Einzelnen, der getestet wird. Ich kann auch sagen, im Januar, ich will mich testen lassen und im März, warum auch immer, entscheide ich, ich will, dass alle Daten gelöscht werden. Ob die vorhandenen Daten nun anonymisiert an ein Unternehmen für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Fragestellungen gegeben werden oder ob sie pseudonymisiert mit einer Nummer versehen, aber nicht mit meinem Namen, auch vielleicht an Versicherungsträger weitergegeben werden oder ob ein Wissenschaftler damit arbeiten darf, ist immer in der Verantwortung und auch im Entscheidungsbereich des Einzelnen. Und das Labor, das die Daten erstellt, muss immer garantieren, im Rahmen der Akkreditierung und Zertifizierungsprozesse, dass alles getan wird, dass die Daten so sicher wie möglich sind. Da gibt es viele gute technische Lösungen, insbesondere in Europa haben wir einen sehr, sehr hohen Standard in der Data Protection und Data Privacy. Deswegen, ich habe noch nie gehört, das ist nicht auszuschließen, selbstverständlich, dass hier an irgendeiner Stelle ein Missbrauch getrieben wurde in den letzten Jahren. Oder dass derartige Datenbanken gehackt wurden. 23andMe hat mit den Daten mehr Geld verdient als mit den Tests, aber da haben die Leute, ohne dass sie es merkten, auch unterschrieben, dass ihre Daten genutzt werden können. Kommen wir zur Pharmakogenetik. Ganz spannend. Kann ich tatsächlich entweder diesen Exome-Test, ich sage immer Test, aber besser ist glaube ich Analyse, kann ich die Exome-Analyse genauso wie die Full-Genome-Sequencing-Analyse dazu nutzen, um sozusagen per Checkkarte immer bei mir zu tragen, was im Ernstfall zum Beispiel für Medikamente bei mir eventuell nicht wirken und kann ich daraus auch Informationen gewinnen, welche Medikamente ich besonders gut vertrage und welche bei mir vielleicht starke Nebenwirkungen hervor. Ja, das kann man. Ungefähr 70% aller Medikamente, die ärztlicherweise verschrieben werden, werden im Körper verstoffwechselt über Mechanismen, die genetisch gesteuert sind. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Mutation habe, ein sogenannter Fast-Metabolizer sein, also ein schnell metabolisierendes Individuum mit der Konsequenz, wenn ich die Standarddosis, sagen wir mal 500 Milligramm Aspirin verschrieben bekomme, und ich bin ein schnell metabolisierender, dann ist das Aspirin viel, viel schneller abgebaut. Damit habe ich eine deutlich verkürzte Wirkung im Vergleich zu jemandem, der eine andere Mutation hat und damit zu einem Slow-Metabolizer, einem langsam metabolisierenden Individuum wird, wo die gleiche Dosis 500 Milligramm Aspirin über 10, 12, 14 Stunden wirksam ist und das Risiko ist, wenn ich die Dosis ein zweites, ein drittes, ein fiertes, ein fünftes Mal nehme, was man bei einer Standardmedikation manchmal empfiehlt, es zu einer Akkumulation Anhäufung, wenn der Substanz im Körper kommt und damit zu Vergiftung oder Nebenwirkung. Das heißt, was wir tun können, ist, indem wir feststellen, liegt dort eine Mutation in dem jeweiligen, für die Substanz verantwortlichen Gen, eine vorliegende Mutation und ich bestimme, welche Mutation es ist, kann ich entscheiden, das ist jemand, der nur die halbe Menge an Medikament braucht oder das ist jemand, der die doppelte Menge braucht, weil er ein Fast-Metabolizer ist oder dieses Medikament sollte er gar nicht bekommen, stattdessen ein anderes. Für 70% der Medikamente können wir das heute bereits tätigen, derartige Aussagen, damit ein ganz zentrales Element dessen, was wir als individualisierte oder personalisierte Medizin heute beschreiben. Und gibt es so eine Art Notfallkarte, dass, wenn ich eben zum Beispiel einen Herzinfarkt hätte, dem betreuenden Arzt helfen würde, das richtige Medikament, Notfallmedikament, auszuwenden? Ja, es gibt einige Leistungsträger in den USA, die das als Standard in der Zwischenzeit anbieten. In Europa ist mir kein Beispiel bekannt. Man muss aber auch fairerweise sagen, die Notfallmedikamente, ein Antibiotikum, Kortison, Adrenalin, die gehören nicht zu diesen 70 Prozent der durch Genmutationen unterschiedlich regulierten Medikamente. Diese 70 Prozent sind typischerweise Schmerzmittel, sind typischerweise Herzmittel, sind typischerweise Antipileptika, also Substanzen gegen Epilepsie, aber auch Antidepressiva werden einem hohen Anteil verstoffwechselt über Gene die Mutationen aufweisen können. Also es geht weniger in die Notfallindikation als in die längerfristige Dauermedikation. Hast du für dich Erkenntnisse aus deinem Full-Genome Sequencing zur Pharmakogenetik gebracht? Nein, weil ich im Moment noch keine Medikamente nehme, die zu diesen 70 Prozent gehören auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch nur zwei Mutationen, die relevant sind für Medikamente, die ich aber hoffentlich nie nehmen muss in meinem Leben. Kann aber auch ein sich weiter entwickelndes Geschäftsfeld werden. Das ist auf jeden Fall ein sehr zentrales Element der personalisierten Medizin und es gibt zwei Weiterentwicklungen natürlich. Wir möchten gerne 100 Prozent aller Medikamente verstehen und deren Stoffwechsel und die Genetik im Hintergrund. Nicht nur die 70 Prozent, wie wir es jetzt können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite wollen wir immer besser verstehen, welche Mutation in diesen Genen dann am Ende auch welche pharmakologische Konsequenz hat. Auch da verstehen wir noch nicht alle Zusammenhänge. Das heißt, das eine die Quantität, das andere die Qualität wird kontinuierlich besser von Jahr zu Jahr in der Interpretation, wie sie da genau. Danke für den Crashkurs in Genetik. Sehr gerne. Könntest du uns noch mal eine kleine Zusammenfassung machen, die drei Typen von Genanalyse und deren Aussagekraft? Wir haben drei verschiedene Formen von Genanalysen, die sich insbesondere unterscheiden in der Zahl der analysierten Positionen innerhalb der genetischen Erbinformation. Die kleinste, die am schnellsten durchführbare und auch die günstigste ist die sogenannte SNIP-Analyse. Hier analysieren wir ungefähr 250 bis 300 vordefinierte Positionen in der Gesamtheit meiner Erbinformation. Wird typischerweise genutzt, um Risiko zu quantifizieren und nicht um eine einzelne Erkrankung zu diagnostizieren. Im Gegensatz dazu, die sogenannte Exome- Sequenzierung. Hier sequenzieren wir ungefähr 30 Millionen Positionen innerhalb der Erbinformation. Die Exome- Sequenzierung wird genutzt, um gezielt genetische Ursachen für Beschwerden, für Erkrankungen erfassen zu können. Hat den großen Vorteil, dass wir eine große Zahl an Aussagen analysieren. Hat aber den Nachteil, dass wir nur ungefähr ein Prozent der Gesamtheit der gesamten Information analysieren. Preis ist etwas teurer natürlich als die SNIP-Analyse, aber durch den technischen Fortschritt schon in einem sehr rationalen Bereich. Und als dritte Methodik haben wir die sogenannte Genom- Sequenzierung. Das ist die Analyse von 3,3 Milliarden Basenpaaren, die Gesamtheit aller genetischen Informationen in unserem Körper. Hier erfassen wir jede Veränderung, die wir uns technisch vorstellen können. Hier ist die besondere Herausforderung, aber die adäquate und richtige Interpretation der vorliegenden Datensätze, das sollte man vernünftigerweise regelmäßig immer wieder aktualisieren. Mit diesem Wissensschatz können wir Genanalysen viel besser einordnen als je zuvor. Danke, dass du anträumst. Dankeschön. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen. Weitere Informationen findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du etwas in dieser Folge gelernt hast und diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Damit hilfst du mir und anderen Zuhörern, dass dieser Podcast und seine Inhalte leichter gefunden werden. Besuch mich auch auf meinen anderen Kanälen bei Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Ich freue mich immer über Feedback und weitere Fragen von dir. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Nö. 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 Vielen Dank.